Hallo, George Stanzer hier. Ich bin zurück in Salzburg, gemütlich auf der Couch und freue mich jetzt richtig auf die WC Challenge Series. Nur drei Tage, neun Turniere. Gleich in einer halben Stunde ungefähr starten wir mit dem 109er und hat 600.000 garantierten Prize School und später das 215er hat 750.000. Also es werden vernünftige Turniere werden. Wenn ihr euch nicht qualifiziert habt, dann würde ich sagen noch die Last Chance Satellites spielen. Da werde ich mich jetzt auch nochmal auf den Weg machen. Ja, und dann haben wir hoffentlich drei spannende Tage. Heute habe ich was besonderes. Um 10 Uhr werde ich auf Twitch TV, auf meinem neuen Channel GeorgeWPush einen Stream starten, bei dem ihr live dabei sein könnt. Ich werde keine Karten zeigen, aber ich werde natürlich erklären, was ich mache, was ich von den Gegnern halte, bisschen Strategie. Ihr könnt mir direkt Fragen stellen, weil da ist ein Chatfenster mit dabei. Ja, es ist ein Experiment. Wenn es euch gefällt, können wir das auch wiederholen. Ich hoffe, dass ihr alle mit dabei seid. Ja, das war es schon hier zur Anleitung. Ist ja noch nicht viel passiert. Ich hoffe, wir gewinnen eins von den Dinger, damit wir WC Main Event Ticket bekommen. Ja, und morgen gibt es dann den nächsten Vlog jeden Tag ein. Ich hoffe, ihr seid mit dabei hier auf dem YouTube-Channel und im Stream. Bis dann. Ciao.